Herzlich Willkommen, hier ist euer GTAM News 100 LP. Nun, es geht weiter mit Let's Play GTA Vice City. So, ich war mal zu fleißig und hab mal Offscreen die vorletzte Mission gemacht. Die letzte Mission wird hier in diesem Welle stattfinden. So, jetzt haben wir drei Auftraggeber zur Verfügung. Also, Cubana, Cortez, also die letzte Mission von Cortez und Lovevest. So, ich würde mal sagen... Ich... Ich... Ich stell's mal... So... Ich würde mal sagen, fahr mal zur Cortez und mach mal seine Mission. Das war aber knapp, das war aber knapp, also ganz ehrlich. Also wenn ihr aus dem Weg gehen würdet, dann will ich besser fahren. Ja. Soll ich noch mal Krankenwagen rufen. Okay, das reicht, das reicht. Wo ist er? Boah, ey, das ist für Schiss. Na gut, dann brauche ich mal... Ja, ich kann auch gegen den Baum, supi. Ich wollte mal... So, jetzt nehmen wir mal die Abkitzung. Und zwar... Hier... Das ist die Abkürzung. So, und viel Spaß bei... Alle Mann an Deck! So. Ja. Ehm, ja. Ne, jetzt gibt's aber richtig Ärger mit Franzosen. Ja, mal schauen, ob ich das schaffen werde. Okay, jetzt geht es aber, den Katana will ich nicht haben. Wenn man, sie greifen ein Steuerbord, ja, wo ist denn die, bitte stehen, ja, so, nächste Katzequenz, ja, fand schön, was Wasser an, oder sie, keine Ahnung, ja, so, wir gehen nach vorn und räumen der Yacht des Körnels den Weg frei, die Brücke da vorn, ja, wir haben das habe ich nicht gesehen, ne, also das wird jetzt schwer, wow, das weiß ich nicht mehr. Mist, äh, wo, wo sind die verdammt, wo sind die verdammt, wo sind die verdammt, davon imructures sind die verdammt, wo, was ist denn die verdammt, wo reden die, habt da wohnen, ja, wo sind die verdammt, wo sind, wo sind die verdammt, wo sind die verdammt, Okay, let's fast for it. Oh, er, 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 er... Whoa! Okay, da, 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 da. Oh, nein, oh, Mannes! Oh, Scheiße, dann mach ich das Offscreen weiter. Dann würd ich mal sagen, viel Dank fürs Zusehen, also, ja, mehr hab ich nix zu sagen. Ja, wir sinds in der nächsten Folge, haut rein und tschau!